Mein Name ist Linde, ich bin vom Projekt Animation in Neuen Medien, dem Animationsprojekt. Wir machen in Kooperation mit der GC einen Machinima-Schwerpunkt auf der Werkmesse im Games-Art-Bereich. Und Machinima, um das mal kurz einzuführen, bedeutet Filme, die innerhalb von Computerspielen gedreht werden. Es gibt einmal die Möglichkeit, verschiedene Rechner wie in einem Multiplayerspiel zusammenzuschließen in einem lokalen Netzwerk. Jeder der Spieler in diesem Multiplayerspiel ist dann einer der Schauspieler und einer macht Regie und Kameramann und dessen Bildschirm wird quasi als die Ausgabe des Films genommen. Es gibt aber auch noch neuere Entwicklungen, wie Computerspiele, die die Filmaufzeichnungsfunktion schon eingebaut haben, nämlich The Sims und The Movies. Bei denen ist es einfacher, die haben schon Filmschnitt-Tools mit integriert und Filmaufnahme-Tools. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die einfach die Ausgabe von irgendwelchen Computerspielen mitschneiden und daraus Filme machen. Im Spezialfall sind noch Live-Machinimas, wo wirklich vor Live-Publikum so ein Multiplayerspiel genommen wird. Und dort werden dann verschiedene Schauspieler, die auch live sprechen, ihre Rollen vor Live-Publikum dann auf dem Bildschirm projiziert. Und das ist dann sozusagen die zeitnaheste Form von Maschinima, die es bis jetzt gibt. Durchschnittlich gesehen. Wie lange dauert ein Maschinima und was für Themenbereiche werden abgedeckt? Das ist eigentlich sehr offen. Es gibt Literaturverfilmungen, Gedichte werden verfilmt. Es gibt Comics oder Comedy-Serien. Es gibt TV-Formate, die ins Internet übertragen werden, wie eine Nachrichtensendung, die Games-Themen aufgreifen und ins Internet stellen, die aber von einer virtuellen Figur moderiert werden. Die Formenvielfalt ist unglaublich. Es gibt sehr viele Musikvideos, es gibt Tanzvideos. Man kann eigentlich noch keine Zeiten, Längen vorgeben. Es gibt bis zu 15 Minuten langen Filme und es gibt ganz kurze 1 Minute. Die Formenvielfalt ist unglaublich. Es gibt sehr viele Musikvideos, es gibt sehr viele Musikvideos, und es gibt große Musikvideos, die Funktionenvielfalt wird. Oh, scheiße. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.